Ich habe immer Geschichten über so schreckliche Dinge geschrieben, dass man weglaufen wollte, damit man sie vergisst. Warum kommen Sie wieder her? Ich bin wegen einer Recherche hier. Was kann man denn hier überhaupt recherchieren? Ist Ihnen in letzter Zeit nichts Ungewöhnliches in der Stadt aufgefallen? Es gibt einige hier, die sozusagen ungewöhnliche Erlebnisse hatten. Meine Grandma hat uns mit Geschichten über diesen Ort immer den Kopf zurechtgerückt. Sie haben keine Ahnung, worauf Sie sich hier einlassen. Danny, wo bist du? Antworte mir! Das ist keine ansteckende Krankheit. Wir müssen uns wehren. Wenn wir es nicht tun, werden Sie uns irgendwann kriegen. Es wird schlimm werden hier in Salem's Lot. Nein! No! Ben! Nein! Ben! Das ist es nicht sicher! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Untertitelung des ZDF, 2020